Hey Leute, ich bin Bimo und ich bin Loco und wir spielen heute eine neue Runde Notruf Hamburg, Leute, aber mit einer kleinen Challenge, Freunde. Was ist denn für eine Challenge, Bimo? Was meinst du schon wieder? Wovor redest du? Und zwar sind wir Crime, aber bei jedem Stern, Leute, müssen wir die Waffe upgraden. Aber Leute, vergesst nicht noch zu liken und zu abonnieren und jetzt aber viel Spaß beim Video. Let's go! Heidessen, es ist Katsうわ. Ja, genau. Oh nein, nein, oh benZut, oh benZut... Oh nein, ich hab dich geschwobst. Lachsterk ein, schnellgang ein. Oh, weg hier! Oh, Alter... Israel, 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 Israel. Was ist denn jetzt durch? Alter, Junge, hier auch. Direkt, was ist hier denn los? Also Auto geht noch? Ich hab einen Blicken für den Sternen, wir können zu machen. Okay, 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 warte, 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 ich brauch auch einen, ich brauch auch einen. Schieß auch noch auf den. Von weit weg einfach. Ja, genau, genau. Mach ich auch. Drive-by. Putz drive-by. Aua, aua, aua. Kopf mir jetzt auch noch. Mann, ey. Okay, warte, warte, warte. Was ist denn, wenn ich den jetzt einfach hier... Ja, ich habe auch zwei Stände. Let's go. Ah, schnell weg, Leute. Sehr gut, sehr gut, Leute. Sehr gut. Okay, okay, okay. Ah, das ist der Kollege. Okay, wo ist die? Ach so, hier rechts. Oh, nein. Och, Mann, ey. Okay, erst mal, erst mal, erst mal. Lol, ich habe 8000 von Fahrrad bekommen. Ehre, Fahrrad, dankeschön, lol. Danke, Fahrrad. So, oh, oh. Hä, wo ist der denn? Ach, hier links. Junge, ich fahre ja wie ein Besoffener gerade. Gerade schon, ne? Junge, egal. Einmal die Polizei jetzt, glaube ich. Egal, ich wollte gerade sagen, hast du richtig ausgetrickst, ey. Ja, genau, genau, genau. Oh, 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 vorsichtig. Aber das ist der Kollege, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Aber vielleicht macht der einen 31er, ich weiß auch nicht. Dann haben wir MP5, ich verkaufe die Glock auch, ich verkaufe die Glock auch einfach. Oh, ja, stimmt, das ist smart. Sehr smarter Move. Zwar absolut Minus gemacht damit, aber besser als komplett Minus. So. 92 Sterne. Alles klar. Bei der Tankstelle ist nix. Lass uns im Juwelier jetzt einmal ein bisschen boigen. Ja, genau, genau, genau. Wobei, einmal ganz kurz, ganz kurz das Auto hier wieder reparieren, bevor wir gleich wieder voll broken sind. Oh, oh, wie viel Polizei ist denn hier los, Mann? Ey, zwei wenigstens direkt. Aber der eine gehört zu uns, glaube ich, wenn wir Glück haben. Aber wir haben jetzt auch eine MP5, wir könnten gewinnen. Sperrt ihn einfach ein. Okay, 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 genau, oh nein, ach Mann, ey. Nicht, dass es kaputt geht gleich. Oh nein, das ist der, das ist der. Und weg, und weg. Wollen wir raus, wollen wir raus? Watzel, 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 ja. Watzel. Okay, okay, jetzt ist ein Versteck, wir verstecken uns auch. Oh, ei, 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 pass auf, pass auf, pass auf. Ei, 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 ei. Oh, ich hab ein gutes Versteck. Bibo schreibt der. Er ist down, er ist down, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, yeah, ab ins Krankenhaus, ab ins Krankenhaus. Und einmal ganz schnell Auto reparieren. So. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Zack, und zack. Oh, Alter, nur noch ein kleines, vielzögliches Leben gehabt. So, sehr gut, okay. Ui, 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 ui. Ich kriege die ganze Zeit Nachrichten von irgendwelchen Leuten. So, okay, ab ins Krankenhaus. Aber ein bisschen unauffällig parken, glaube ich, oder? Egal, einfach direkt vor der Notaufnahme. Es ist Notfall, leider. Notfall, Leute, Bibo und Loco müssen geheilt werden. Die haben das erhöht, ne? So, ja, ja, voll krass, aber richtig, um 100%. Das ist voll gut. Ja, ja, richtig stark. Lol, hier liegt jemand, lol. Was? Oh, mein Gott. Hier liegt, äh, ja. Ich setz mich mal dazu. Oh, raus aus dem Bett, hey. Manni. Dann geh ich mal hier hin. Leute, gut schlafen hier. Genau. Ja, sie ist rausgelaufen. Ich bin Polizist, ich tue dir nichts, sagt einer. Okay, wir haben schon mal zwei Polizisten auf unserer Seite anscheinend. Aber hier ist auch alles voll, ich weiß nichts. Aber dank Kuss an Fahrrad, der hat mir auch nochmal gerade 8000 überwiesen. Ehre Fahrrad, Ehrenfahrrad auf jeden Fall. Da wird dann ja schon fast das Video gesponsert hier, Leute. So, genau. Alles klar, ich bin schon wieder bereit hier. Aber die MP5 hat irgendwie voll wenig Munition, kann das sein? Ja, ich glaube auch. Die ist auch irgendwie nicht so schlag-treff. Ja, ja. Okay, ich würde sagen, wir machen nochmal einen Drive-By, damit wir endlich eine bessere Waffe haben. Und dann können wir richtig Action machen. So. Ich hop hier, ich hop hier. Wieso, ich bin jetzt auch wieder heil. Ich komme, ich komme, ich komme. Garry Taxi ist bereit. Ich bin irritiert hier. So. Alles klar. Sehr gut, okay. Mal gucken, ob wir hier einen Polizisten finden. Ob es auch mal nicht. Oh, da vorne. Wir können ja aber den Werkzeugladen auch ausrauben eigentlich. Ja, das machen wir. Und die Tankstelle ist damit weg. Meine Maus? Alter, irgendwie ist meine Maus gerade ein bisschen komisch, ein bisschen doof. Okay. Bum, 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 bum. Oh, Audi, Audi, der macht aber nichts, Leute. Ja, ich habe drei, ich habe drei jetzt. Sehr gut. Okay, 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 Leute. Du hast aber noch zwei, oder? Ja, oh my god. Das sollten die echt mit einem Update einfügen. Die Beute will ich mir doch auch. Obwohl, nee, da wird sie echt geklaut. Ja, nee, dann lieber nicht. Aber dann lass direkt die Tankstelle da drüben noch ausrauben. Ja, genau. Obwohl die brennen, glaube ich, sehe ich gerade. Ja, echt? Ja, ja, ja. Oh, Mann, Alter, was ist denn los heute mit meinen Farmskills? Ich muss mir eine neue Maus kaufen. Irgendwie meine Maus, die ist so komisch. Das ist alles Ausrede, Bimo. Ja, 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 ja. So, was ist hier denn los, Leute? Oh, oh. Alter. Ist das unser Kollege? Nee, ist er nicht. Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Okay. Zogel! Lol. So. System ist das hier. Sein Auto ist kaputt. Dive ich. Drei Sterne, drei Sterne. Komm, lass ab, lass ab. Lass ab, lass ab. Oh, lol, ich hab schon vier Sterne. Okay. Ich hab einfach eine Waffe übersprungen, lol. So, okay. Dann gehen wir mal direkt hier. Da vorne können wir direkt zu Markus. Ob war. Mann! Das ist ja, irgendwas ist ja heute los bei mir. So, okay. MP5. Dann hab ich die M4-Kannabine einfach übersprungen hier. K36. Dann gehen wir direkt zu K36, Leute. Als Challenge könnt ihr trotzdem überwollen. Oh, ja, ja, ja. Also, die auch nicht. Also. Ist er schon da oben? Ja, ich glaub, wir können in die Stadt. Tee. Ja, okay. Achso, hinter uns. Ah, nee, ist unser Kollege. Oh, lol. Okay. Also, dann zum Juwel. Ja, ab zum Juwel. Okay. Let's go. Alter, wie viele schreiben mir denn, lol? Wir haben locker schon 56 Leute hier geschrieben, ey. Also, mir einer, da war ich kurz orientiert. Funny. Okay. Seid ihr in einer Aufnahme? Ihr, 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 ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, wenn Loco und ich zusammen auf einem öffentlichen Server sind, dann sind wir auf jeden Fall am Aufnehmen. Aber ich spiel eigentlich auch nie ohne Aufnahme oder Lifetime. Also, stimmt, stimmt, stimmt. Also, wenn wir auf öffentlichen Server sind, dann sind wir immer ein... Oh, was ist hier denn los? Oh, Junge, jetzt bräuchten wir die Sniper. Okay, schießen. Schießen. Oh, mein Gott. Ich hab mich schon unterstunden. Okay, einer ist noch. Oh, nein. Sniper, Sniper irgendwo. Sniper von irgendwo. Läufe von hinten. Pass auf. Junge. Oder wer hat mich... Irgendwer hat mich gesnipet, glaube ich. Ah, ja, der eine. Ja, der hier. Der eine. Der hier. Oh, mein Gott. Okay, 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 okay. Okay, lass raus springen, lass raus springen. Warte, 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 warte. Dann hab ich auch fünf Sterne, dann haben wir beide fünf Sterne. Ich bin aber super down, ich bin super down. Ich muss erst mal was snacken hier. Oh, pass auf hier. Hier, hier, hier. Okay, ich hab seine Leipen kaputt geschossen. Ich geh in Sicherheit. Mach auch mal irgendwie ein bisschen mehr, ey. Oh, pass auf. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja. Ey, ich hab immer noch fünf Sterne. Oh, mein Gott. Ups. Voll, ich bin da immer den Weg gelaufen. Oh, oh, pass auf, der da. Kommt der andere, der andere. Die M4 ist... Sein Auto ist auf jeden Fall, glaube ich, kaputt jetzt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, er ist dauernd, er ist dauernd, er ist dauernd, also fünf Sterne, let's go. Ab geht's, wir haben die Sniper freigeschaltet, Leute. Jetzt haben wir die Sniper, Leute. Okay, ich hätte auch irgendwer geschrieben. Ja. Also, heute ist hier irgendwas auf dem Server. Wir können hier, auf jeden Fall. Yes, oh mein Gott. Bisschen, bisschen gefährlich, aber egal, ich könnte mir noch Kicks, die Gottstelle nebenher. Ich bin One-Shot, ich hab nicht mal mehr Kicks. Ich auch, ich auch. Ja, okay, dann gehen wir erst mal noch zum Krankenhaus. Übersprungen. Wir haben die G36 übersprungen, Leute. Ich hol mir die jetzt aber trotzdem, weil die brauchen... Wir machen das jetzt auf jeden Fall. Boah, Alter, hier sind Kekse. Gönn dir, gönn dir, gönn dir Kekse. Oh, sehr stark, sehr stark. Okay, dann stack ich mir auch noch ein paar rein. So. Gut, Leute, oh. Leute, Leute, Leute. Okay, da hinten wird schon ein Polizist gehalten. Oh nein, der eine, der steht schon wieder. Der kommt hierher, glaube ich, gleich. Ja, der kommt echt hierher. Ein Keks ist einfach runtergefallen. Oh, je, lol. Ich hab ihm voll den Snipe-Schuss gegeben. Hahaha. Alter, das war ja der heftigste. Alter, das war ja heftig. Junge, ups. Ein Keks und eine Dose ist einfach ganz runtergefallen. Ach, je, lol. So, Leute. Junge, das war ein, Alter. Das war ein heftiger Snipe-Schuss, Leute. Moin. Richtig nice. Einfach schlafen geschickt, Alter. Und zugedeckt noch, Junge. Hey, das Auto sieht cool aus. Lohnt sich das? Das hier, das E-Auto. Ja, also ich finde, das fährt sich irgendwie ganz cool tatsächlich. Und ich schubse den einfach weg. Wie schnell fährt denn das? Wie schnell fährt denn das? Weiß ich gar nicht. Wir können einmal gleich ganz kurz gucken. Ja, aber ich fand, ich fand, ich fand auf jeden Fall aber vergleichsweise relativ schnell. Ist ja ein Porsche so, deswegen. Äh, vielleicht doch kein Bugatti, Leute. Ich schreib dir in den Kommentaren, welche Sorge soll ich mir kaufen. So, Leute. Dann schauen wir einmal hier vorne. Haben wir schon die? Ne, doch. Sniper haben wir schon geholt. Ja, okay. Ja, 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 ja. Wir sind völlig rein jetzt. Okay, okay, okay. Also wir können jetzt zum Juwelier Diamanten noch einmal mitnehmen. Genau. Und jetzt gar nicht beim Juwe hier. Oh, da sind wir auch schon. Äh, jabbi, juhu. Ja, Leute, ich hab einfach den Breakdance hier gemacht. Oh, die Abwandten gibt's nicht mehr. Ich check einfach, was hier los ist. Boah, hier liegen alle auf dem Bogen. Ja, man, dass ich raus. Alle in den Fähigen auf dem Boden. Ich hau alle Scheiben schon mal ein, dann kannst du gleich auch nehmen schon mal. Ja, ja, ich mach auch schon mal ein bisschen hier. Kannst mir ja dann zur Not einfach am Ende überweisen. Ja, genau. So, Leute. Zack. Okay, auslaufen, ja. Zack. Und zack. Also, ich nehm eine Witzende mit und dann gehe ich mal auf Bogen. Position und halte die so ein bisschen auf. Jo, 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 jo. Dann kannst du die weiter einsammeln. Ja, oder so. Okay. Oh, oh. Zack. Oder? Nee. Äh, nicht. Zack. Nehmen wir auch mit Leute. Ey, was ist denn hier ein Witzender-Polizei-Kann das sein? Das ist ja gar nicht mehr viel. Sieben Polizisten. Alter, wir haben alle weggeholt. Wir haben die schon wieder. Ja, ehrlich. Und zwei davon sind auf unserer Seite. Einer ist mindestens auf unserer Seite. Ich hab die zweite schon lecker. Einer liegt hier vorne auf dem Boden. Oh, da hinten kommt ein Lambo. Ja, Lambo. Lambo. Gese. Lambo. Lambo. Gini. Lambo. Hallo, ist ein Zuschauer. Oh, hallo. Nice. Hey. Ja, bis jetzt ist ja easy hier, Leute. Ich wollte gerade sagen. Ich rauche den ganzen Jubiläen hier in Ruhe aus. Ganz entspannt, Leute. Ganz entspannt. So, die zwei Uhr sind die Zeit nicht wert. Die lassen wir da liegen. Oh, hier ist jemand gestorben. Vor uns und die Glocken läuten. Wusstest du, dass die Glocken immer läuten, wenn jemand gestorben ist? Echt? Ja. Okay, gut zu wissen, lol. Ja, das weiß ich auch ganz anders. Ja, da hinten kommt ein Auto. Aber ich glaube, das ist ein Zivilist. Naja, das ist ein Safe-Zivilist. Aber hier vorne. Ehre. Hey, Leute. Richtig, ja, Ehre, Mann. Der hat die Scheibe kaputtgeschlagen für mich. Hey, noch ein Zuschauer, glaube ich. 16 Beute gehe ich hier raus. Voll gut, voll gut. Ich habe sechs auch. Sehr gut, sehr gut. Nice, nice. Okay, komm, lass abgehen, Düsen hier. Ja, 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 ja. Leider kein Diamant. So. Und los geht's. Langsam wird es hier auch tot auf dem Server. Ja, ne? Irgendwie nichts mehr los. Wir haben alle einfach... Läuft! Das Auto vom Polizisten ist das nicht? Er läuft einfach auf der Stelle. Er rennt. Wobei ich... Er rennt, aber er läuft. Er fühlt sich sehr angestrengt an, habe ich das Gefühl. So, okay. Oh, voll am Nieder vorbeigefahren. Hast du ne Bombe? Ne, leider nicht. Leider nicht. Upp, zäle. Aua. Hier hat einer von denen vielleicht eine... Natürlich. Einer von denen vielleicht eine... Und du wurdest von uns sogar richtig weggenatzt. Ja, lass mal reinrennen. Der eine rennt da auch rein. Okay, okay. Schauen wir uns das mal an hier. Dö, dö, dö. So. Oh ja, sehr gut, sehr gut. Ey, danke, Kollege. So. Warte, Reiner. Reiner. Ich mach hier schon mal. Oh, das macht sogar wer anders. Oh, Erich. Nimm die Gold machen. Also, sag ich nicht nein zu. Danke, danke. Ey, wer war das denn? Ich hör Schritte. Ich hör Schritte. Ja, ja, ja. Oh nein, oh nein. Vorsicht, vorsicht. Jo, 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 jo. Und. Oh, und. Oh, ich hab ihn zweimal geschossen, äh, äh, getroffen. Oh, er ist down. Oh, nee, nee, nee. Oh, na, noch einer, noch einer. Äh, ich hab keine Energie mehr. Hui, hui, hui. Alter, aber er ist ein Zuschauer. Er hilft so, er hilft so. Er ist ein Zuschauer, glaub ich. Okay, 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 okay. Ich glaub, er hilft so. Äh, nee, das ist der eine. Der hat uns eben schon getötet. Ja, eigentlich schon. Also, auch wenn er jetzt nett ist. Aber wer ins hat. Okay, 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 ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Okay, okay, okay. Ich flüchte. Tschüss. Ja, ich auch. Oh, los geht's. Oh, los geht's. Tschüss. Tschüss, Leute. Wir gehen. Oh, Leute. Ja, genau, 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 genau. Einfach. Ich dachte, du wurdest kurz. Ich dachte, du wurdest kurz. Okay. Oh, okay. Ich komm nicht bereit. Vielleicht können wir die Kollegen noch retten hier. Ey, stimmt. Warte mal, müssen wir ihn retten und ab dafür, hopps, hopps. Nee, er ist schon im Auto auf jeden Fall. Super, die Leben verloren schon wieder. Aber was machen wir? Warte, lassen wir ihn jetzt leben oder nicht? Also, ich bin zwiegespalten. Eigentlich habe ich keine Gnade als... Oh, alter, noch ein anderer SDK läuft rein. Oh, Polizist ist auf dem Dach. Polizist ist auf dem Dach. Ja, ja. Oh mein Gott. Oh, oh. Ich bin schon unten. Ich bin schon unten. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab nur zwei Kekse. Kannst du hierher kommen? Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Oh, oh. Warte, warte, warte. Mit Auto? Nee, nee. Ich muss auf Regenschirm. Achso. Oh, nein. Ich hab's echt nicht... Oh mein Gott, Leute. Das kann nicht wahr sein. Ich hab's echt nicht überlebt. Nein, oh, lol. Vielleicht hab ich noch zwei Kekse gegessen. Ei, 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 ei. Leute, da kommt aber auch kein Links jetzt hoch. Null. Doch, mit Leiter. Ja, stimmt. Ich lasse immer die Leiter hier einmal. Und mit Auto. Wobei. Ähm, Loco. Ja, äh. Das sind Darkfire. Ähm, hast du vielleicht einen Kommentar? Oh, ja, perfekt. Oder so? Äh, okay. Ich hab mich einfach runterdrehen können. Ich bin nie gut auf dem Boden. Ja, okay. Warte, ich ruf mal. Feuerwehr ist nur einer. Loco auf dem Boden. Schnell, Leute. Holt mich. So, da hoffentlich kommt jetzt noch einer. Ja, jetzt soll ich auch, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich bewache. Oha. Ich hab ihn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Leute. Das ist sehr gut. Dann bin ich hier auch einmal wieder aufs Dings. Nice, nice, nice. Position, Leute. Wenn wir jetzt Loco schützen. Okay, grünes Auto, Sass. Ja. Aber. Macht nichts. Fährt weiter. Sehr gut. Äh, dä, 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 dä. Leute. Ich lieg hier gerne auf dem Boden. Das macht mir richtig Spaß. Hier sind richtig schön gemütlich, kuschelig. Warm in dieser wunderschönen Ecke hier, Leute. Ja, wenn ihr bis hier... Notarzt. Ey. Nice. Ey, er wird weg. Wenn ihr hier geschaut habt, vergesst nicht zu abonnieren. Ey. Der fällt einfach weg. Was ist mit dem denn los? Ganz grinsch. Ruf mal nochmal. Ja. Drei Minuten noch. Du bist vorbeigewerbt. Drei Minuten noch, die Leute. Bro. Du musst warten, bis du wieder einen Notruf absetzen kannst. Ich kann keinen absetzen, Mann, ey. Was? Wie doof ist das denn? Das ist doch auch neu. Wir haben das doch auch schon gespam. Kann sein. Als Krimineller für Polizisten und sowas. Ganz komisch. Ja gut, Leute. Wir sehen uns wieder beim Krankenhaus. Oder wir nicht... Boah, Leute. Hier geht schon wild die Action ab. Ei, ei, ei. Oh mein Gott. Polizist ist da. Ja, jetzt nicht mehr, Leute. So steht gegen das. Oh, der SCK. Oh nein. Ratsache. Oh nein. Oh nein. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh nein. Perfekt. Da hinten ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Ei, ei. Oh nein. Jo, stimmt. Du musst vorsichtig sein. Aber den könntest du unter dem Auto treffen, wenn du den siehst. Jetzt kommt er von rechts. Oh ja. Ich hab ihn. Einmal. Er ist am hinteren Rat in der Ecke. Ich hab einfach gerade noch ein Stück. Er kommt wieder von rechts. Er kommt von rechts. Ja, oh nee. Das sagt mir immer, wenn er kommt. Ja, ja. Er kommt. Er geht wieder zurück. Er kommt. Er geht wieder zurück. Er traut sich nicht mehr. Ja, ich hab seine Schüterfüße. Ja. Richtig nice. Er ist weggerannt, glaube ich. 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 Er kommt. Oh nein. Lol. Oh, gerade eingestiegen. Komm her hier. Ups. Ich hau ihn jetzt am Auto einfach. Oh Mann, Leute. Hey, sagt der. Selber ein. Oh nein. Nein, nein, nein. Er schießt einen auf mich. Oh nein, nein, nein. Er schießt einen auf mich. Oh nein, 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 nein. Oh nein, nein. Pass auf, er ist hinter dir. Oh mein Gott. Sehr smart. Sehr smart. So, das ist gar nicht mein Auto. Hey, hey. Lass den Magazin erschießen. Steig aus und dann. Jetzt. Oh. Er ist smart. Aber er muss ihn trotzdem nachladen. Und. Bam. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Sehr gut, sehr gut. Was ist mit dem hier jetzt? Oh nein, hier ist noch einer. Junge, was ist hier los? Der will dich auch. Der will dich auch. Was ist hier los? Leute. Ei, 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 ei. So. Warte, warte, warte. Ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Okay. Leute, guckt euch dieses Gefecht an. Ja, ich hab ihn. Loll, ich hab ihn. Ich hab alle fertig gemacht. Ich hab alle fertig gemacht. Leute. Leute. Oh nein, da steht wieder einer. Da steht wieder einer. Das Notarzt. Das Notarzt. Ja, 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 ja. Hol mich hoch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier. So, Leute. Ei, 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 ei. So. Er ist down, er ist down. Ja. 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 Sehr gut. Ja. Na also, Leute. Junge, was ne Action. Einfach alle Polizisten hier hops genommen. Junge, das war ja crazy. Da kommt noch ein Notarzt. Oh, Alter, Ehre. Und ich wurde in den letzten 30 Sekunden gerettet. Sehr gut, sehr gut. Ey, er haut ab, er haut ab, er haut ab. Ist nicht so. Hier. Ja, das weißt du. Ey, was soll das? Ach so, der geht erst mal alle Bandagen geben, damit sie nicht verbluten. Ey, ich mach die direkt wieder down hier. Die kommt gleich. Ne, ich glaub, der gibt nur den, obwohl der andere, ne. Hallo, ich bin auch noch hier. Tch. So. Wann kommt Video? Oh Mann, Leute. Ja, wir sehen uns. Morgen. Bei mir morgen auf jeden Fall. So. Alles klar. Leute, was ne Action, ey. Was eine Action. Ei, 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 ei. So. Der Kopf schreibt Bimo. Ei, ei, ei. Weiß noch nicht, ob ich ihn jetzt abschießen soll oder nicht. Okay, er haut jetzt selber ab. Hä? Oder? So. Ey, wo leuchtet ihr denn hin? Junge, gleich stehen die alle wieder. Ja. Die Leute. So, warte, 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 warte. Ich wurde endlich gerettet. Ich werde endlich gerettet. Mann, gleich bin ich da und wegen dem. Junge. Oh no. Alter. Okay, ein SIK steht wieder. Aber unser Kollege wurde die ganzen Leute wieder da. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Hinten rechts, das ist dieser eine, der Sass ist. Passt auf. Okay, einer, einer liegt, einer liegt, einer liegt schon wieder. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Okay, ich stehe hier bereit. Pass auf diesen Aber-Ock hier. Ja, 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 ja. Peck auf. Okay, okay, okay. Wieso rennst du weg? Ich bestehe doch gerade so wieder. Komm rein hier, komm rein hier. Ja, komm, wir flüchten. Tschüss. Schnell und ab dafür, Leute. Junge, wir haben es ja geschafft, Alter. Oh, wir haben es wirklich geschafft, ja. Dann jetzt zu Markus. Und weg, 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 weg. Genau. Oh, Leute. Richtig geil. Junge, mein Auto ist auch fast da und einfach, ey. Junge, fast. Ja, ich auch immer noch. Fast eine Action, fast eine Action. Schaut in die Beschreibung rein. Jetzt geht's. Bei Loco und bei Bibo. Und bei Bibo und bei Loco. Hey, das ist so cool. Aber mittlerweile, ich mache das gar nicht mehr. Ich habe mich schon ungewöhnt, weil es immer nachteilig war. Ja, ja. Auf jeden Fall, Leute. Checkt die Beschreibung. Da findet ihr mehr solcher coolen Videos von uns beiden, wenn ihr uns abonniert. Und das sogar täglich. Ganz genau. Deswegen Like, Abo nicht vergessen. Dies, das, Alter. Das, Leute. Und noch unseren Discord beitreten. Ganz wichtig, ganz wichtig. Tschüss, Leute. Tschüss, Tschüss, Bye-bye.